Hallo aus Monteverde. Das hier ist ein Nationalpark, ungefähr zwei Stunden nördlich von Nikoya. Ich habe mich etwas zurückfallen lassen, um das ein bisschen zu filmen und es fängt gleich an zu rechnen. Ich hoffe, ihr könnt etwas erkennen. Vorne laufen die anderen. In meinem nächsten Bericht, Tagebuch 6, werde ich ein paar Infos über Monteverde schreiben. Ups. Da sind die anderen. Ja, momentan ist es ziemlich ziemlich frisch hier. Urwald halt. Tiere haben wir bis jetzt noch nicht viele gesehen. Meistens Insekten, Vögel, solche Viecher. Das blöde ist nur, es fängt langsam an zu regnen. Und ich muss aufs Chlor. Bis gleich.